Die DRV-News vom 12. April 2024. Woche 2 nach Cannabis-Gesetz. PKS 2023 Strafverfolgung wegen Cannabis auf Hohe. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, AWI Medical und Dirks Grow Shop. Herzlich Willkommen bei den DRV-News und vielen Dank für 230.000 Abos auf diesem Kanal. Das hätte ich ja nicht letzte Woche schon sagen sollen. Mittlerweile sind wir schon bei 231. Aber gut, feiern sollen wir ja nicht irgendwie auslassen, sondern gerne nachholen. Von daher, wir freuen uns jedenfalls. Außerdem noch eine Vorbemerkung. Jetzt gerade läuft ein Tweetstorm auf Twitter zum Thema Volker am Zug. Also der Bundesverkehrsminister Wissing, der ja jetzt eigentlich dafür verantwortlich ist, die Ergebnisse seiner eigenen Expertenkommission in die Realität zu übertragen, in Gesetzesform zu gießen. Aber jetzt diese Woche irgendwo geschrieben hat, dass er dafür gar nicht zuständig sein will, wieder mal. Und das alles dem Gesundheitsministerium rüber geschoben hat, dass die sich mal überlegen sollen, was sie machen da. Auf jeden Fall hat man nicht den Eindruck, dass er da sehr motiviert ist, das wirklich auch umzusetzen. Aus dem politischen Raum heißt es jetzt schon, naja gut, der Verkehrsausschuss selber wird sich jetzt darum kümmern. Kann sein, dass die selber auch einen Gesetzvorschlag einbringen. Ja, aber scheinbar ist Wissing da mal wieder nicht besonders motiviert, irgendwie endlich mal vorwärts zu machen. Und das ist natürlich gerade in der jetzigen Situation ein echtes Problem. Ich werde heute nicht großartig auf die Führerschein-Sache eingehen, aber den Tweetstorm erwähnen. Ja, guckt mal, wenn ihr auf Twitter seid, da postet mal noch ein bisschen was mit Hashtag Volker am Zug und bringt die Message erstmal in die Welt, dass wir da was erwarten, dass da schnell was zu passieren hat. Wir werden uns im Laufe der nächsten Woche weiter damit befassen und die Sache vorantreiben. Aber für heute gibt es mehr als das erstmal nicht dazu zu sagen, außer, naja, Wissing hat keinen Bock darauf offensichtlich und es geht nicht so schnell, wie es gehen sollte. Woche zwei nach Cannabis-Gesetz. Vermehrte Polizeikontrollen ist so das Erste, was ich da zu erwähnen habe. Verkehrskontrollen, das war ja letzte Woche noch so, dass ich gesagt habe, naja, schwer zu sagen jetzt schon, ob da mehr passiert oder nicht. Eine Statistik gibt es dafür nach wie vor nicht, ob da jetzt wie viele Polizeikontrollen mehr stattfinden als vor einem Jahr. Aber ich habe mal auch mir die Gemeinde gefragt, auch konkret nach Blutkontrollen direkt vor Ort bei den Verkehrskontrollen, bei den Großkontrollen, ob da gleich Ärzte dabei sind, die Blut abzapfen oder nicht. Und da kamen ganz viele Rückmeldungen auch von aktuellen Verkehrskontrollen, die überall stattfinden, mehr im Süden als im Norden. Aber doch überall mehr oder weniger da entsprechende Sachen stattfinden, gerade bei der Jagd auf die Cannabis-Konsumenten, so wie angekündigt ja auch, von wegen Polizei muss jetzt sicherstellen, dass nicht alle fürchterlich bekifft durch die Gegend fahren. Wie auch immer die überhaupt auf die Idee kommen, dass das passieren könnte. Die meisten reagieren immer eher umgekehrt, dass sie sagen, oh Gott, Polizeikontrollen ohne Ende. Ich fahre lieber gar nicht erst, weil ja im Moment auch immer noch theoretisch der Einnahmengrenzwert gilt, weil Wissing eben keine Lust hat, da irgendwie was zu machen und nicht vorwärtsmacht. Da ist halt im Moment tatsächlich für viele eher eine gefährlichere Situation, obwohl eben das Cannabis-Gesetz jetzt in Kraft getreten ist. Oder so gesehen gerade, weil es in Kraft getreten worden ist und die Polizei da getreten ist und die Polizei massive Kontrollen durchführt, ohne dass die Führerscheinfrage mittlerweile geregelt wäre, vernünftig mit einem anständigen THC-Wert. Immerhin wird nicht beim ersten Verkehrsverstoß über ein Nanogramm jetzt sofort eine MPU angeordnet. Falls man noch keine gehabt hat, hat man zumindest jetzt einen Schuss frei, muss dann nur ein Bußgeld zahlen, in Anführungszeichen. Aber man muss nicht gleich eine MPU antreten, wobei bei der großen Kontrolldichte natürlich zwei Hits hintereinander dann auch schnell möglich sind. Ja, wir brauchen einen höheren Grenzwert, das ist vollkommen klar. Und Wissing hat ja die Kommission, die ihm das Ergebnis gegeben hat, was er jetzt machen soll. Und insofern, ja, müssen wir ihn da hintragen, dass er das auch tut. Da werden wir uns nächste Woche weiter mit befassen. Ja, aber hier erstmal nur die Nachricht, es gibt mehr Verkehrskontrollen. Punkt zwei, es gibt diverse Nachrichten dazu, dass es halt jetzt erste Verstöße gibt zum Cannabis-Gesetz, Verstöße gegen das Cannabis-Gesetz, also Ordnungsfähigkeit in erster Linie, über die jetzt berichtet worden ist. In Berlin zum Beispiel gab es zwei oder drei Verstöße gegen die neuen Regelungen. Meistens sind das dann Konsum am falschen Ort-Geschichten, ja, in der Nähe vom Spielplatz. Ähnliches wird auch aus München berichtet, eigentlich nur drei Fälle. Auch da einer, der irgendwie mal zu viel dabei hatte, da ist mal einer da mit zwischen 25 und 30 Gramm unterwegs gewesen. Bei Berlin auch ein Fall dabei, die anderen beiden waren Konsum an der falschen Stelle. Ganz ähnliche Nachrichten aus München und aus dem Saarland, überall nur wenige Vorfälle. Wo dann, in München war es mehr, weil die auch Verkehrskontrollen mit reingerechnet haben. Ja, da stand in der einen Zeitung, oh, die Befürchtungen sind eingetreten, die Fälle sind gar nicht gesunken, ja, und 19 von 23 Fällen waren Verkehrskontrollen. Die anderen vier waren eben wieder nur irgendwie mal Konsum am falschen Ort. Wobei das ja in München jetzt auch teuer ist. Ich habe ja letzte Woche über den Bußgeldkatalog berichtet, ja, da ist man ja dann sofort irgendwie mit einigen hundert Euro unterwegs. Und die andere Zeitung sagt genau zu den gleichen Zahlen, naja, alles gut, ist nicht mehr geworden, wie die Polizei befürchtet hat. Die Süddeutsche dann im Vergleich zur Abendzeitung, naja, mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie man dieselben Daten unterschiedlich interpretieren kann. Aber letztendlich unterm Strich sind die Gesamtzahl der Fälle, die jetzt wegen Verstößen gegen das Cannabis-Gesetz, Verkehrsverstöße mal rausgenommen, die sind viel weniger als vorher. Also es ist ganz offensichtlich eine Entlastung für die Polizei. Aber diesen Spin habe ich noch nicht in den Medienberichten gesehen, obwohl das eigentlich ja ganz klar ist irgendwie. Unterm Strich kann man auf jeden Fall sagen, ich habe euch vier Artikel in die Beschreibung gepackt hier. Da sind nur ein paar Fälle letztendlich an Verstößen gegen das Cannabis-Gesetz tatsächlich jetzt aufgetaucht. Und in Berlin stand im Artikel auch nochmal dabei, dass die gar nicht konkret danach suchen, dass das, wenn überhaupt dann irgendwie im normalen Streifendienst nebenbei auffällt. Also von dem Bayerischen Rollkommando ist hier in Berlin nichts zu sehen, sozusagen, dass da ganz gezielt jetzt gesucht wird nach Leuten, die an der fälschenden Stelle irgendwie konsumieren oder so. Passiert hier in Berlin offensichtlich nicht. Aber auch, wie gesagt, in München hält sich die Zahl der Fälle da durchaus im Rahmen, sag ich mal. Auch im Vergleich zu dem, was eben vor einem Jahr im gleichen Zeitraum an Cannabis-Strafverfahren eröffnet worden ist. In dem Zusammenhang einen Aufruf an alle, die davon betroffen sind, dass sie Bußgelder bezahlen mussten wegen Konsum an der falschen Stelle. Gibt es ja jetzt bundesweit einige Fälle schon mittlerweile. Und häufig wird dann eben auch überall gesprochen von dem 100 Meter Abstand, in dem man nicht um Schulen, Kitas, Spielplätze und so weiter und so fort drumherum konsumieren darf. Sportstätten übrigens auch, Fußballplatz oder so. Häufig wird da nicht auf Sichtweite abgestellt, was eigentlich der Hauptpunkt im Gesetz ist. Also man darf nicht in Sichtweite vom Eingang dieser Einrichtungen konsumieren. Wenn da ein Busch dazwischen ist, irgendwie in der Straßenmitte meinetwegen, oder was weiß ich, das ist um die Ecke oder irgendwas, auch wenn da nicht 100 Meter ist, ist halt der Konsum erlaubt. Wenn ihr von sowas betroffen seid, meldet euch bitte bei uns unter kontakt.etanverband.de. Das würden wir gerne zu einem der ersten Fälle machen, unserer Justizkampagne, wo wir da mit reingehen und sehen, ob wir da nicht ein paar Leute raushauen können und ein bisschen den Verwaltungsalltag, den Polizeialtag sozusagen in der Art verändern, dass sie darauf achten. Dass es wirklich nur dann zu Bußgeldern kommen darf, wenn in Sichtweite vom Eingang dieser Einrichtungen konsumiert wird. Ja, aber bitte auch nur in diesen Fällen erstmal melden, weil sowieso auch unser Kontaktordner gerade explodiert mit tausend Anfragen und so weiter und so fort, kriegen wir kaum geregelt. Und von daher, wenn wir jetzt auch noch die betroffenen Fälle reinkriegen, müssen wir die auch irgendwie sinnvoll sortiert kriegen und auseinandergedröselt kriegen. Also wir fangen jetzt mal an mit denen, die am falschen Ort konsumiert haben, dafür ein Bußgeld zahlen sollten und wo ihr selber meint, okay, aber da war gar keine Sichtachse zum Eingang irgendwie, weil da ein Busch war. Schickt uns gerne ein Foto davon oder so. Wenn ihr schon einen Anwalt habt, nennt auch den, wer das ist und so weiter und dann gucken wir mal, was wir da machen können. Nächster Punkt geht auch in die Richtung, was mehrfach jetzt diese Woche Thema war. Cannabis-Konsumverbot auf Volksfesten. Ja, jetzt beginnt die Kirmessaison. Bei mir jetzt auch in NRW heißt das halt dann Kirmes und was weiß ich, im Süden ist eher ein Schützenfest oder so oder ein Oktoberfest, wo jetzt auch schon wohl festgelegt worden ist, dass da kein Cannabis-Konsum stattfinden soll. Und theoretisch, glaube ich, ist das rechtlich möglich, weil sie meistens auf dem Gelände dann Hausrecht haben, die Veranstalter. Und genauso wie jemand, der eine Kneipe betreibt oder so, auch sagen kann, okay, hier darf nicht konsumiert werden, selbst wenn es nach dem Gesetz eigentlich erlaubt wäre, weil er einen Raucherraum hat oder weil es eine Terrasse gibt, wo keine Jugendeinrichtungen in der Nähe sind oder so, da dürfte man theoretisch konsumieren. Aber der Hauswirt kann halt sagen, ich nehme von meinem Hausrecht Gebrauch, mache davon Gebrauch und hier darf halt nicht konsumiert werden. Und so versuchen das jetzt gerade auch viele Festveranstalter von Kirmes bis Schützenfest und Oktoberfest den Konsum zu verbieten. Da habe ich gerade heute auch noch ein Interview gehabt mit dem WDR zum Beispiel, kommt wohl heute Abend noch in der Lokalzeit Ruhrgebiet irgendwas essen oder so, wo es um dieses Thema geht und wo auch die Kommunen sehr viel Spielraum haben. Die haben halt Angst sozusagen, dass sie das nicht anders geregelt kriegen, da die Regeln einzuhalten und durchzusetzen. Dabei spielt insbesondere eigentlich nur eine Rolle, dass nicht in Gegenwart von Jugendlichen und Kindern konsumiert werden darf, also in unmittelbarer Nähe. Ja, also 100 Meter spielen dabei überhaupt keine Rolle, weil diese 100 Meter Regelung und die Sichtweite gilt nur zu diesen ganzen Gebäuden und Spielplätzen und so weiter. Aber wenn der Festplatz nicht in der Nähe von so einem Gebäude ist, dann spielt die Sichtweite und die 100 Meter spielen keine Rolle. Da geht es nur darum, ob in unmittelbarer Nähe Kinder und Jugendliche sind, was natürlich auf der Kirmes auch schnell passieren kann. Ja, also da dürft ihr nicht direkt daneben rauchen, das ist verboten. Ja, da kann man sich drüber streiten, weil jetzt unmittelbare Nähe ist. Aber wenn direkt neben einem irgendwie ein Kind ist oder ein Jugendlicher, dann ist halt dann tatsächlich der Konsum verboten. Ob das Sinn macht oder nicht, ist eine andere Frage. Ja, Tabakrauchen darf ich ja dann auch. Meiner Meinung nach macht das natürlich keinen Sinn, aber das hilft ja nichts, das ist trotzdem verboten. Nur ist es eben nur eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat. Das heißt, die Polizei muss da nicht ermitteln, muss da nicht dagegen vorgehen, sondern kann. Ja, das ist das Opportunitätsprinzip im Gegensatz zu Legalitätsprinzip bei Ordnungswidrigkeiten. Und auch jetzt irgendwelche Ordnungsamtsleute, die könnten da auch einschreiten bei Ordnungswidrigkeiten wie beim Falschparken. Müssen sie aber nicht. Ja, und da kann sich die Stadt halt liberal aufstellen und sagen, ja gut, wenn das jetzt nicht ganz offensichtlich ist, ja, wir schicken vielleicht mal einen Typ da durch, der ein bisschen darauf achtet, dass das nicht jetzt wirklich in unmittelbarer Nähe irgendwie provokativ hat bei sich passiert. Und ein bisschen, oder die Leute einfach nur ansprechen und sagen, ey, komm, jetzt guck mal, hier, Kind daneben und so, das muss jetzt nicht sein. Können wir auch machen, ohne gleich ein Bußgeld zu verteilen. Oder ob man gleich sagt, wir verbieten den Konsum komplett auf dem ganzen Festgelände und so weiter. Da haben die Städte jetzt eben Spielraum und die Veranstalter und werden das hoffentlich auch unterschiedlich machen. Ich hoffe, dass nicht alle jetzt überall irgendwie auf dem Festgelände irgendwie alles verbieten. Zumal ja auch klar ist, ja, dass die Leute dann eher friedlich von werden und Gewaltaktionen und Aggressionen und so weiter eher von zu viel Alkohol ausgehen. Andererseits verdient natürlich dann der Festveranstalter möglicherweise weniger dran, wenn eben nicht gesoffen wird. Naja, das ist wahrscheinlich auch ein Faktor, der eher zum Verbot führen wird. Ja, soviel dazu. Kommt nachher bei der Ortsgruppe nochmal eine Kleinigkeit dazu. Und irgendwann posten wir mal wahrscheinlich meinen Auftritt da beim WDR heute. Nächster Punkt, der ist wirklich brennend sozusagen. Das ist ein wichtiger Punkt. Zeugenaussagen. Das Polizeipräsidium Freiburg and Friends, ja, so ein paar andere Lörrach- und Walzhuttingen, die haben jetzt gemeinsam so eine Herangehensweise zum Cannabis-Gesetz abgestimmt. Und die sagen, der Besitz ist zwar nicht illegal von Cannabis, egal wo es herkommt, haben Sie auch vollkommen recht. Aber der Erwerb und der Verkauf ist nicht legal. Also vor allem der Verkauf, ja, die stellen auf den Verkauf ab und sagen, diejenigen, die das gekauft haben jetzt, praktisch 100% illegaler Markt, ja, man kann ja gar nicht legal kaufen. Und die sagen auch mal, man kann auch bis jetzt noch nicht legal angebaut haben. Und deswegen wollen wir die Leute, die wir erwischen mit Cannabis, als Zeugen befragen, nachdem, wo sie das herhaben, bei Verfahren gegen Unbekannt. Ja, irgendein Unbekannter muss einem ja dann das illegale Cannabis verkauft haben und dann wollen wir eine Zeugenaussage haben. Und die kann man nicht verweigern. Man kann verweigern eine Aussage als Beschuldigter. Ja, wie das früher immer war. Man ist erwischt worden mit zwei Gramm, war selber Beschuldigter und konnte einfach sagen, ja, ich verweigere die Aussage, ja, ich bin selber Beschuldigter in dem Verfahren, also sage ich dazu nichts. Und die sagen jetzt, naja, aber als Zeuge kann man eben nicht verweigern und wir wollen die Leute als Zeugen befragen. Das ist natürlich ein fieser Trick, ja, und eins der Beispiele dafür, wie jetzt diese ganze Gesellschaft sich im Prinzip neu einknirschen muss auf das ganze Gesetz, ja, auf die ganze neue Freiheit für Cannabiskonsumenten. Auf den Punkt, dass die eben nicht mehr illegale Leute sind, ja, keine Verbrecher mehr sind und so weiter. Aber viele da draußen natürlich die Denke noch im Kopf haben irgendwie, dass sie das weiter bekämpfen wollen, dass das irgendwie dramatisch für die Jugend ist und so weiter. Wie die CDU das ja auch die ganze Zeit rausgehauen hat und bis zu Lauterbach ja dauernd irgendwie, der auch immer erzählt, wie furchtbar giftig und schrecklich das alles ist. Naja, und insofern ist da draußen halt noch viel Potenzial unterwegs an Leuten, die jetzt versuchen, irgendwie möglichst viel Druck noch im Kessel zu behalten. Und dazu zählt natürlich diese ganze Geschichte mit den Zeugenaussagen auch. Die sagen also, wir stellen die Personalien fest von Leuten, die wir im Besitz von Cannabis erwischen, für spätere mögliche Zeugenaussagen. Ja, allein das Aufschreiben der Daten ist ja schon eigentlich ein No-Go, ja, ein Punkt, wo man sagen würde, ich schreibe es auch nicht die Daten vom Typ auf, der eine Flasche Bier dabei hat oder so. So, eben mit dem Hinweis ja, vielleicht fragen wir dich mal nach einer Zeugenaussage. Also maximal repressive Auslegung, ausgerechnet in Freiburg, was ja eigentlich eine cool liberale Stadt ist, so eine Studentenstadt und so weiter, ja, also auch vollkommen daneben. Aber halt tief im Süden auch und scheinbar ist das ungesund, wie auch immer, sehr unangenehme Angelegenheit. Und mein Tipp dabei ist trotzdem, nichts dazu sagen, wo man halt Cannabis her hat, weil auch der Erwerb selber nicht erlaubt ist. Und wenn man unbedingt irgendwas sagen will, kann man auch sagen, habe ich selbst angebaut. Ja, das ist bei Hasch natürlich auch wieder ein bisschen weniger glaubwürdig als bei Gras, weil auch rückblickend ja letztendlich der Anbau von Hasch, also von Gras bis zu drei Pflanzen und so weiter, ja legal, rückwirkend legalisiert ist. Ja, das ist ja nicht so, dass die Polizei jetzt nochmal wegen Eigenanbau und Verfahren eröffnen würde. Weil, ne, das wird ja sowieso sofort wieder eingestellt. Ja, machen die eh nicht. Also das wäre auch noch eine mögliche Antwort, von wegen habe ich selber angebaut. Ja, auch wenn das noch in illegalen Zeiten stattgefunden haben, muss ja dann irgendwie, wenn es jetzt fertig konsumierbare Ware ist. Aber das wäre auch okay. Ja, habe ich selber angebaut oder sage ich nichts zu, ne, nach wie vor. Und die komische Polizei in Freiburg, die werden sich da halt dann noch ein bisschen eingewöhnen müssen an die neue Zeit und vermutlich würde es auch darum dann irgendwelche Prozesse geben, nehme ich mal an. Jedenfalls werde ich wirklich anfangen, die Leute dann als Zeugen zu befragen. Allein das Datenaufschreiben halte ich aber schon wirklich auch für fragwürdig. So, dann haben wir Datendeck einer CSC-Software. Auch ein interessanter Punkt, aber schnell erzählt. Es gibt ja jetzt mittlerweile Anbieter für Softwarelösungen für Anbauvereine wie Sand am Meer. Ja, die sagen, okay, wir machen deine Mitgliederverwaltung und deine Meldeverfahren an die Behörden und deine ganze Warenmanagement und Growmanagement, alles in einem Guss oder auch nicht. Ja, jede Menge Apps für, keine Ahnung, Social Clubs. Und eine davon hat jetzt einen Datenleck, wo irgendeine Hackergruppe irgendwie gesagt hat, ey, das ist quasi offen erreichbar, eure Daten. Ja, die kann man einfach auslesen. Und das natürlich auch gerade in dem pikanten Zusammenhang, dass sowieso Datenschutz bei den Clubs ja ein Problem ist, dass man da seine Daten hinterlassen muss, die Clubs auch genaue Aufzeichnungen machen müssen, wie viel jemand überhaupt konsumiert oder so rausholt aus dem Club, wie viel er mitnimmt. Und das will man ja nicht unbedingt, gerade wenn dann eben eine CDU-Regierung sagt, wir drehen das alles wieder zurück und machen euch alle wieder zu Kriminellen. Das ist sowieso ein Problem mit dem Datenschutz für die Vereine, weil das natürlich viele davon abhält, da Mitglied zu werden. Und dann auch noch so ein Datenleck bei irgendeiner Softwarefirma, die das anbietet, ist natürlich auch nicht gerade eine Verbesserung der Situation, sage ich mal, und schafft auch nicht gerade Vertrauen, was jetzt diese Daten der Vereine angeht. Auch dazu Link in der Videobeschreibung, wenn euch das genauer interessiert. Auf jeden Fall sicherlich ein bemerkenswerter Vorgang. War sogar auf tagesschau.de das Ganze. Dann nochmal zu den Abständen. Da hat der Landkreis Dachau jetzt eine eigene Bubertskarte veröffentlicht. Bubertskarte ist ja mittlerweile recht bekannt. Die Online-Karte, wo man sehen kann, wo irgendwelche Jugendeinrichtungen sind, mit 100 Meter Umkreis, als grober Anhaltspunkt dafür, wo man konsumieren darf und wo nicht. Überall, wo da weiße Flächen sind, hat man ganz gute Chancen. Außer die Karte kannte halt irgendeine Einrichtung nicht. Es ist natürlich keine hundertprozentige Gewähr, hat jede Einrichtung da irgendwie genannt ist. Und es gibt auch viele Einrichtungen, wo noch gar nicht klar ist, ob die überhaupt dazugehören. Allein diese Woche kam die Frage, ob war das mit Musikschulen, war das mit Berufsschulen, wo jeweils nicht zwingend unbedingt immer Jugendliche und Kinder sind. Mehr oder weniger, je nachdem. Berufsschule sicherlich eher weniger. Da sind ja auch viele Erwachsene. Gilt das auch, der Abstand oder nicht? Ist die in der Bubertskarte drin oder nicht, weiß ich gar nicht. Das ist auch alles ohne Gewehr. Und vor allen Dingen ist dieser Abstand ja nicht in Sichtweite vom Eingang. Wieder das Thema, sondern einfach gnadenlos 100 Meter drumherum um die Einrichtung, auch vom Hintereingang und so weiter. Und auch von da, wo ich die Einrichtung gar nicht sehe. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache eigentlich, sondern ist eher umgekehrt. Wenn man da einen weißen Fleck hat, kann man ziemlich sicher sein oder einigermaßen sicher, ob man da konsumieren darf. Aber man darf auch an vielen, vielen Stellen konsumieren, die eigentlich rot eingezeichnet sind in der Karte. Und so ist das auch bei der offiziellen Bubertskarte in Dachau. Genau das selbe Spiel. Auch die haben einfach so einen Umkreis von 100 Meter um irgendwelche Einrichtungen gemacht. Haben auch dazu geschrieben, dass das jetzt rechtlich ohne Gewehr ist und so weiter. Und haben auch dazu geschrieben, den Gesetzestext von wegen Sichtweite und so weiter. Insofern ist das halt auch vollkommen unbelastbar sozusagen. Aber immerhin ist das das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass eine Stadt von sich aus irgendwie sagt, okay, hier ist unsere Bubertskarte. Und das ist erstmal der Anhaltspunkt auch für unsere eigenen Behörden. Landkreis Dachau. Dann Sachsen-Anhalt hat alle Polizeiautos mit Feinwagen ausgestattet oder ist gerade dabei. 150 Feinwagen haben die bestellt. Wobei mir das wenig vorkommt. 150 Polizeiautos für Sachsen-Anhalt. Aber ein paar haben auch schon Feinwagen gehabt. Auf jeden Fall sind sie jetzt nochmal dabei, die alle auszustatten, damit sie dann irgendwie jetzt gucken können, ob einer 25 oder 26 Gramm Cannabis dabei hat. In den dämlichen Artikeln steht schon wieder dabei, jetzt hat die Polizei mehr Arbeit, jetzt müssen die andauernd gucken, ob die Leute 25 oder 26 Gramm dabei haben. Weil natürlich auch Blödsinn ist ja, normalerweise wissen die ja gar nicht, ob irgendwer Gras dabei hat. Und die haben auch keinen Grund mehr, jetzt irgendwie gezielt zu kontrollieren, ob irgendwer was dabei hat. Es wird also relativ wenig Fälle geben, wo dann überhaupt die Frage auftaucht. Aber wenn sie auftaucht, dann können sie halt jetzt wiegen. Okay, ja, mein Wegen. War vorher auch mal so ein Drama von wegen, wir müssen dann alle Polizeiautos mit Wagen ausstatten oder was, geht ja gar nicht. Ja, geht doch halt, ist gar nicht so schwer. So viel Platz nehmen die auch gar nicht weg und so teuer sind sie auch nicht. Na ja, dann machen sie es halt, wenn sie meinen, sie brauchen das. So, das war die erste Woche nach Cannabis-Gesetz mit irgendwelchem Zeug, was da interessanten Informationen aufgepoppt ist bei mir. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist veröffentlicht worden für 2023. 2023, da gucken wir jedes Jahr drauf, weil das so der Gradmesser des Verfolgungsdrucks ist. Insofern auch letztendlich die Drogenpolitik des Landes widerspiegelt, weil ja das auch eine gewisse Polizeiprioritätenfrage ist, ob sie jetzt Kiffer jagen oder nicht, weil das sogenanntes Kontrolldelikt ist. Die werden nicht angezeigt für Diebstahl. Die Zahl der Diebstähle ist einigermaßen unabhängig davon, ob die Polizei dahinterher ist oder nicht, weil da die Leute anzeigen oder Einbrüche jedenfalls. Aber Drogengelikte eben nicht. Und die sind praktisch zu 100% selbst ermittelt, dass die Polizei danach guckt und sucht und Kontrollen macht. Und siehe da, im zweiten ganzen Jahr der Ampelkoalition 2023 gab es fast keine Veränderung. Insgesamt 215.000 Strafverfahren im Zusammenhang mit Cannabis. Insgesamt ein Anstieg sogar um 0,8% im Vergleich zum Vorjahr. Leichter Rückgang um 0,5% allerdings bei den konsumnahen Delikten. Das waren jetzt noch 173.945. Also 0,5% weniger Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten im zweiten Jahr der Ampelregierung in Deutschland. Also überhaupt keine Veränderung im Grunde. Es ist überhaupt nichts passiert. Nach über zwei Jahren Ampelregierungszeit und Legalisierungsgelaber ist nach wie vor der Verfolgungsdruck extrem hoch gewesen. Das ist im letzten Jahr ein Unding. Deswegen haben wir ja ganz am Anfang auch gesagt, bitteschön, Entkriminalisierung in 100 Tagen, also wenigstens die geringe Menge, ohne den ganzen anderen Quadradatsch mal eben reinschreiben im Betreuungsmittelgesetz. Das wäre wirklich schnell gegangen und hätte hunderttausende Strafverfahren in Deutschland uns erspart. Und ja, das ging eben alles munter weiter bis letztes Jahr. Aber trotzdem kann man natürlich sagen, dieses Jahr würde es nicht mehr so sein. Das ist ja auch offensichtlich, habe ich ja eben gesagt, Verstöße gegen Cannabis-Gesetz, da die paar Ordnungsfähigkeiten da, die werden gar nicht eingehen in diese polizeiliche Kriminalstatistik, weil das eben keine Straftaten sind. Und ja, also da werden die Zahlen natürlich dramatisch zurückgehen. Und wir haben damit dann auch jetzt die Vorherdaten, von wegen wissenschaftlicher Evaluation, Vorherdaten, Nachherdaten und so. Also diese polizeiliche Kriminalstatistik zeigt die Vorherdaten und wird dann BKS 2024 zeigen, okay, die Verfahren gegen Cannabis-Konsumenten sind massiv in den Keller gegangen. Ja, alles andere wäre wirklich eine große Überraschung. Und man hat offensichtlich sich ein bisschen mehr konzentriert auf Handel und Schmuggel. Handel und Schmuggel ist insgesamt um 6% angestiegen, Schmuggel um 19,2% im Einzelnen und erlaubte Einfuhr nicht geringer Mengen, 36%, also relativ großer Anstieg. Aber insgesamt macht es halt nicht viel aus, weil die Gesamtzahl nicht so groß ist, wo sich das dann so verändert hat. Jedenfalls gab es offensichtlich mehr Grenzkontrollen. Also alles, was grenzüberschreitend war, ist angestiegen. Und der Handel in nicht geringer Menge ohne Grenze sozusagen ist um 3,5% gestiegen. Einfache Handelsdelikte, normale Menge ohne Grenze, ist leicht weniger geworden, 0,8% weniger. So, das sind unsere Vorherdaten. Nebenbei noch bemerkt, bei den anderen Drogen ist es auch einigermaßen gleich geblieben. Nichts besonders Auffälliges außer Kokain und Crack. Starker Anstieg, 29,1% auf 36.890 Fälle. Auch überwiegend konsumnahe Delikte, also Konsumenten, die da angezeigt worden sind. Noch eine kleine Nachricht. Wir haben die Landespolitiker, also einige Landespolitiker angeschrieben. Keine große Mitmachaktion oder was, sondern jetzt von uns aus, Handverband, schreibt den Vertretern, vor allem der Ampelparteien, der Linken und ein paar von Freien Wählern, jetzt außerhalb von Bayern sind die Freien Wähler ja auch liegeleisaffin, mit dem Hinweis, dass jetzt Bußgeldkatalog angesagt ist. Ja, Bayern, habe ich letzte Woche erzählt, relativ strenger Bußgeldkatalog oder sehr strenger Bußgeldkatalog. Dazu auch nochmal der Hinweis auf ein Interview mit Rechtsanwalt Grubwinkler, packe ich euch auch in die Videobeschreibung im ZDF, der da eben dargelegt hat, warum er diese hohen Bußgelder in Bayern für unverhältnismäßig hält. Finde ich auch total nachvollziehbar. Vor allen Dingen das Beispiel, wenn ich in 100 Meter Sichtweite von der Schule konsumiere, habe ich dann eben ein hohes Bußgeld zu bezahlen und zwar höher, als wenn ich, wenn da eine 30er-Zone vor der Schule ist mit 80 kmh da rum, Bretter. Da muss ich weniger bezahlen, als wenn ich irgendwo auf einer anderen Straßenseite einen Joint rauche, obwohl natürlich das 80 kmh Gebretter vor der Schule viel gefährlicher ist für die Kinder, die da in die Schule gehen, als gegenüber irgendwo einen Joint zu rauchen. Schön gemacht vom Grubwinkler. Guckt euch das gerne mal an. Aber jetzt natürlich der Punkt, was machen die anderen Bundesländer? Ich habe noch aus keinem anderen Bundesland einen Bußgeldkatalog gesehen. Und wäre natürlich schön, wenn da Landespolitiker ihren Einfluss geltend machen und sagen, hier, also bayerische Verhältnisse brauchen wir jetzt hier nicht. 500 oder 1.000 Euro oder mehrere hundert Euro für solche blödsinnigen Verstöße, die sowieso eigentlich gar kein Verstoß sein sollten, die wir auch gar nicht verfolgen sollten eigentlich, weil das sind ja auch jetzt keine schlimmen Leute. Geht da auch zum Beispiel um diese Mengen von, in der Öffentlichkeit von 26 bis 29 Gramm, was auch relativ teuer ist in Bayern. Also in Ordnungswidrigkeit eben, wo die Bundesländer die Möglichkeit haben, da die Strafe selber festzulegen, weil das Cannabis-Gesetz nur einen sehr groben Rahmen dafür vorgibt. Und da sollten Bundesländer halt sagen, ja Gott, wenn da einer 27 Gramm hat, ist dann immer noch kein Verbrecher, solange dem kein Handel nachgewiesen wird oder so, hat er halt 27 Gramm dabei, was sollt. 50 Euro oder so anstatt 500 wäre da eigentlich sinnvoller. Und ja, in der Hoffnung, dass da viele Landespolitiker wach werden und sagen, ah, okay, ja stimmt, das ist ja ein Thema, da gucken wir mal drauf, da achten wir mal drauf, dass nicht unser Innenminister im Alleingang irgendwie, Gott weiß, was für hohe Bußgelder jetzt da aufruft. Auch zumal Bayern sich ja besonders hart aufgestellt hat, die ja von Anfang an gesagt haben, wir werden maximal restriktiv auslegen das Gesetz, wir haben Personal eingestellt dafür, um das durchzusetzen und so weiter. So hat sich kein anderes Bundesland geäußert. Die meisten finden das wahrscheinlich genauso befremdlich wie wir, sag ich mal, das ganze Theater da in Bayern. Und da ist dann eben, kann man hoffen, dass da die entsprechenden Landespolitiker darauf achten, dass das nicht in allen Bundesländern jetzt so läuft, wie das der Söder eingestellt hat da. So, kleine neckische Nachricht noch. Zum Ende hin, in Frankreich ist im Haus einer Bürgermeisterin in irgendeiner Kleinstadt 70 Kilo Cannabis gefunden worden. Also, ordentliche Menge ist verhaftet worden, zusammen mit ein paar Verwandten. Vom Namen her würde ich jetzt mal spekulieren, dass das marokkanische, marokkanischstämmige Menschen sind, die ja vermutlich noch die entsprechenden Kontakte haben. Schön, dass in Frankreich solche Leute überhaupt zu Bürgermeistern gewählt werden. Ja, das ist sicherlich auch ein Fortschritt, was Integrationsleistungen angeht. Wenn sie jetzt noch die Leute legalisieren und Steuern zahlen lassen, noch besser, ja, dann hat man nicht nur sowas wie Bayern, wo der ganze Staat selber an den Brauereien beteiligt ist, sondern eben auch mal ein Genussmittelhändler mit gutem marokkanischem Hasch als Bürgermeister. Das wäre doch mal was Feines, anstatt die dann irgendwie zu verhaften. Wahrscheinlich wollten die Steuern zahlen und durften nicht, keine Ahnung. So, Ortsgruppenfunk haben wir noch. Und zwar haben wir einmal oder zweimal Ortsgruppe Düsseldorf gleich. Ja, großartige Ausbeute der Düsseldorfer diese Woche. Einmal haben wir den Sprecher Chris Demmer zu dem Thema Abstandsregeln. Hier ist Kiffen verboten. Und hier ist es erlaubt. Nur wenige Meter entscheiden darüber, ob Konsumenten wie Chris Demmer in der Öffentlichkeit Cannabis rauchen dürfen. Ausreichend Abstand muss er zum Spielplatz da hinten halten. Wie klappt das denn so? Ja, das kann ich jetzt gar nicht so genau erkennen, weil ich habe den Spielplatz die ganze Zeit in Sichtweite. Ich müsste jetzt 100 Meter Abstand zum Spielplatz haben. Das bedeutet, ich würde jetzt noch ein paar Schritte nach vorne gehen, dann darf ich konsumieren. Wenn ich ein paar Schritte zurückgehe, dürfte ich Cannabis nicht konsumieren. Ein Abstand schützt die Jugendlichen nicht. Denn vor einer Schule kann geraucht werden, vor einer Schule kann getrunken werden, vor einer Schule kann nicht mehr Cannabis konsumiert werden. Da kann jetzt eingeschritten werden. Aber was bringt das denn eigentlich wirklich? Wir müssen doch wirklich mit den Betroffenen ins Gespräch kommen. Und nochmal, Ortsgruppe Düsseldorf, da haben wir den Vorpfner Lorf, der zum Thema Cannabiskonsum auf Volksfesten was sagt. Habe ich ja eben angekündigt, dass da nochmal was kommt zum Thema Volksfeste. Und das ist das, was Vorpfner Lorf dazu sagt. Wie passt das zusammen? Cannabis, Rauch und Volksfest, wo natürlich Familien, Kinder, Jugendliche mittendrin sind. Irgendwie sollte es passen, meint Forpner Löw, der selber Hanfpflanzen züchtet und der möglichst viel Normalität einfordert. Auf dieser Kirmes ist nun mal ein Ort für Spaß, für Konsum. Da wird geraucht, da wird Alkohol getrunken. Und Cannabis gehört seit April eben auch zu Konsum- und Genussmitteln dazu. Es ist Zeit, dass sich die Gesellschaft daran gewöhnt. Wir wissen natürlich, dass es eine Zeit lang dauert. Aber Verbote sind mit Sicherheit der falsche Weg. Die Schausteller bei der Frühjahrskirmes haben anders entschieden für ein Verbot, das ihre Ordnungskräfte überprüfen sollen. Wir haben ja noch einen schönen TV-Auftritt von unserem Ortsgruppensprecher aus Rhein-Neckar, Christoph Lehner. Tragen Sie dem auch Sorge, dass entsprechend da auch die schützenswerten Gruppen geschützt sind? Die schützenswerten Gruppen sind geschützt? Also zum Beispiel ist der Konsum, das ist neu, für Minderjährige verboten. Das ist ordnungswidrig. Das war vorher nicht. Und in den Anbauclubs können sowieso nur Volljährige Mitglied werden, erstens. Und dann gibt es für unter 21-Jährige noch eine maximale Grenze des berauschenden Inhaltsstoffes THC. Also es wird schon Sorge getragen für den Kinder- und Jugendschutz. Und man muss einfach sehen, dass es einige Erwachsene, also ich sage jetzt mal, die zumindest gelegentlich konsumieren, vier Millionen in Deutschland, die wurden unnötig kriminalisiert. Und das fällt jetzt weg. Von daher ist es schon auch eine Befreiung für viele. Wünschen Sie sich denn noch Nachschärfungen oder Verbesserungen im Gesetz? Ja, also es wurde ja vor einem Jahr ungefähr, wurde das Gesetz in zwei Teilen angekündigt. Säule 1, Säule 2. Säule 1 ist jetzt wirksam. Und Säule 2 ist im Prinzip ein Verkauf in Modellregionen bzw. Modellstädten. Komplett in Deutschland wird man es nicht machen, weil das dem internationalen Recht entgegensteht. Aber als wissenschaftliches Modellprojekt ist es möglich. Und zum Beispiel ist Heidelberg im Gespräch, aber wir müssen noch auf den Gesetzentwurf warten und deshalb Druck aufbauen, dass die Säule 2 auch kommt noch in dieser Legislatur. So, und dann habt ihr jetzt alle Bock auf die Ortsgruppen wieder da mitzumischen und so weiter. Und ich komme zu den Terminen. In Heidelberg macht die Ortsgruppe einen Infotisch am 13.04. ebenfalls 13.04. Infostand in Berlin, der Ortsgruppe. In München macht die Ortsgruppe ein Picknick am 13.04. Dann Berlin gibt es einen Hanfmarkt im Jam, unser berühmtester Reggae-Club am 14.04. Dann macht die Ortsgruppe München einen Livestream mit Bayerisch Kraut zum Thema Cannabis-Anbau-Genossenschaften. 14.04. dann Berlin, ICBC. Mein nächster großer Stressauftritt sozusagen am 16.04. Die geht zwei Tage lang. Große Business-Messe und Konferenz. Und ich werde mehr oder weniger Eröffnungsrede halten bei der Konferenz, im Konferenzteil. Auf Englisch habe ich jetzt gehört, muss das machen mal wieder. Muss mir noch überlegen, was ich da erzähle. Also alle, die Lust haben, ein bisschen Geld dafür auszugeben, mich auf Englisch da was erzählen zu sehen, und natürlich jede Menge Kontakte zu knüpfen weltweit. Wieder zig Nationalitäten werden da vertreten sein. Alle möglichen Firmen sind da auch vertreten. Mittlerweile ist auch ein ordentlicher Messebereich dabei. Aber alles Business-to-Business und Investors und so weiter und so fort. Ja, das ist the place to be für alle, die mit Cannabis richtig Geld verdienen wollen. Dann in Magdeburg gibt sich die Ortsgruppe ein Treffen am 16.04. In Berlin treffen wir in der Ortsgruppe ebenfalls 16.04. Heidelberg, Hanftisch im Restaurant zur Goldenen Rose am 16.04. Auch der Ortsgruppe. Dann die 420-Events, die wir jetzt hier haben. Da haben wir einmal Berlin, 20.04. am Brandenburger Tor. Richter Müller dabei und viele Rapper und so weiter. Groß Event. Dann haben wir in Hannover die 420-Party am 20.04. In Laufen gibt es ein 420 Grill & Chill der Ortsgruppe, 20.04. Und ich glaube, in Stuttgart ist auch noch was los. Wenn ihr euch dafür interessiert, am 20.04. in Stuttgart was zu machen, da ist der Team, der Termin noch nicht auf unserer Homepage. Wird aber vermutlich in den nächsten Tagen noch kommen. Könnt ihr nochmal gucken oder gleich bei der Ortsgruppe Stuttgart mal suchen in sozialen Medien, was ihr da findet. Dann haben wir Halle. Letztes Orga-Treffen der GMM-Orga-Gruppe, unserer Ortsgruppe zum Global Marihuana-Marsch am 24.04. in Halle. Mahnwache mit Infostand. Also nochmal Halle, 25.04. Einen Tag später. Und dann natürlich jetzt nochmal pauschal, obwohl das nicht innerhalb der nächsten 2 Wochen ist, aber dann doch bald kommt. Global Marihuana-Marsch Anfang Mai in Deutschland. 1. Mai-Wochenende. Die meisten von dieser Veranstaltungen findet ihr auch auf gmm-deutschland.de und da freuen wir uns, viele von euch auf der Straße zu sehen, bei den verschiedenen Events in ganz Deutschland. Das war's für heute. Liked das Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großen Abend. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Hier 해야